So Freunde der Nassrasur, willkommen in meinem neuen Video, heute mal wieder beim Vereinskollegen. Ihr seht schon, Vereinsshirt an, vorbildlich, und zwar beim Stuttgarter, alias Stefan, ne umgedreht. Ja, wir sitzen jetzt hier am Tisch, haben uns gut unterhalten, hat richtig Spaß gemacht, wurden gut bewirtet. Benni ist natürlich auch dabei, die Kamera schwebt nicht so in der Luft, also keine Angst. Und ja, ich würde sagen, Stefan, dann lass uns doch mal in den Kino gehen, oder? Ja, gerne. Dann machen wir uns auf, weil wir sind nämlich schon da, eine Überraschung. Hier haben wir nämlich eine ganz hochexklusive Esstischlampe, der Marke Sony. Viele von euch wussten wahrscheinlich gar nicht, dass die überhaupt Lampen bauen. Und ja, hier hängt sie schon. Ja, Licht ist auch schon an. Sehr schön. Ja, Stefan, heute möchte ich bei dir tatsächlich mal anders anfangen. Und zwar fangen wir jetzt mal nicht mit dem Raum oder der Technik an, sondern mich würde mal interessieren, wie kamst du denn zum Thema Heimkino? Was war denn so dein erster Berührungspunkt, wo bei dir der Virus geankert hat, sozusagen? Ja, der Virus geankert war ein langer Prozess natürlich. Schon in der Jugend habe ich Filme, Kino, Blockbuster, die großen Filme aus den 80ern schon immer toll interessiert. Habte riesen Spaß immer und bin gerne ins Kino gegangen und habe das natürlich in den 80ern schon versucht, zu Hause zu realisieren, was extrem schwierig war mit Rödenfernsehern und so Mickey Mouse Surround-Anlagen, die noch nicht mal wirklich Surround-Anlagen waren. Also hattest du so die ursprüngliche Einkarton-Anlage mit Cola-Dosen und Fäden als Lautsprecherkabel. Quasi, ja. Und vor allem, da gab es ja noch nie dieses 5.1, sondern es war Surround. Das war quasi Ton aus allen Lautsprechern. Und da war man früher schon der König, ne? Hauptsache groß, genau. Und so hat es begonnen, wie gesagt, schon mit damals noch Röhrenfernsehern und so kleinen Peu-a-Peu immer mal wieder. Damals noch jedes halbe Jahrzehnt, Jahrzehnt erneuert, was Neues, ein bisschen größer, anderes Bild, irgendwann mal ein Beamer, noch einen Sony-Beamer, ein Sanyo-Beamer. Entschuldigung, Sony steht jetzt, ein Sanyo-Beamer. Und ja, dann die erste 5.1-Anlage, dann irgendwann mal ein bisschen größer, guten Lampen-Beamer, der JVC-X3 war mein erster größerer, hochwertiger Beamer. Ich habe übrigens mit dem X7 angefangen, mit so viel Freier das Jahr, ne? Ja, ja, das war quasi eine Kerze hinter einer Lampe, oder hinter einer Linse, ne? Und ja, mittlerweile jetzt doch dann ein bisschen ausgereifter, das ganze Thema. Ja, kann man so sagen. Also, mein lieber Charlie, ne? Die ist mein ausgewachsenes Wohnzimmer-Kino, ne? Also wirklich toll. Wir haben hier auch wieder eine, ja, man muss sagen, eine High-End-Stereo-Anlage mit Kino in einem. Und zwar, wie groß ist dein Raum, den du hier hast? Der hat 4 Meter Breite, 2,40 Meter hoch und 8 Meter lang. Ja, das war schon mal eine Hausnummer, ne? Ja. Das muss man halt erstmal haben, ne? Also, du hast hier, was hast du hier verbaut? Sollen wir mal, wir fangen jetzt mal hinten an. Fangen wir mal hinten an, sind wir mal ganz unklassig. So, hier hast du tolle, das hier sind jetzt noch Isofon, sagst du? Also keine Gauder-Art-Kustik, sondern Isofon noch, ne? Also, die damals von Herrn Gauder noch schon gebaut wurden, also der war schon der Entwickler dieser Lautsprecher, aber das war damals noch die Firma Isofon, die er damals noch gearbeitet hat. Genau, also vor dem Umschwung dann quasi. Hier sind Keramik-Mitteltöner drin? Tief-Töner und Mitteltöner, ja. Tief-Mitteltöner, genau. Und ein Diamant-Hoch-Töner, ne? Diamant-Hoch-Töner, ja. Genau, mit einem tollen Finish. Und die sehen jetzt aus, als wären sie gerade aus dem Laden, aber du sagst, die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Gepflegt und gehegt. Durchaus. Ja. Wie alt sind sie? Circa 13 Jahre alt. Ja, dafür sehen sie ja wirklich krass aus, ne? Also, sehr gut. Jetzt hast du hier hinten noch so eine schwarze Kiste stehen. Die ist ja wahrscheinlich nicht dafür da, für Blumen drauf abzustellen. Ne, die Blumen würden wandern. Wanderblumen. Wanderblumen. Nein, das sind 18 Zoll Subwoofer, Bäckersound. Ja, das ist ja auch bei uns im Forum vertreten. Genau. Ich kenne ja viel den Stefan. Schönen Gruß mal, ne? Unbekannterweise, bekannterweise, wie man es nimmt. Die hast du jetzt aber relativ neu, ne? Die sind seit zweieinhalb Monaten jetzt hier, ja. Und die laufen als Multi-Sub oder als DBA? Wie hast du die? Als DBA. Also du hast quasi jetzt ein kleines DBA, also zwei hinten und zwei vorne. Genau, und zwei vorne. Wie hast du die angesteuert? Also was hängt da jetzt für ein Verstärker dran? Auch eine Bäckersound-Endstufe, also für die hinteren zwei Kanäle eine Stereo-Endstufe und für die vorderen zwei Kanäle eine separate Stereo-Endstufe. Die dann über ein Xilika? Die über ein Xilika, genau. Gesteuert werden. Ja, sehr gut. So wie auch die untere Ebene. Die ist auch mit der Xilika gesteuert. Also du hast auch die komplette untere Ebene an Lauschbächer, dann hast du auch alle mit über den DSP jetzt entzert, gesteuert. Genau. Was hast du hier für ein Beamer Hang? Was für ein Modell ist das? Das ist der Sony VW 790. 790, ja. Der übrigens ein gutes Bild macht. Also Sony ist ja bei vielen ziemlich verhasst durch diesen, was ist es, Gamma-Trift. Aber das Bild war gut, kann man so sagen. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrumpelt worden heute. Also wir konnten jetzt gar nicht so ausgiebig hören, weil ich hier total verarscht wurde von meinem Kumpel Benni. Ja, du warst eigentlich auch dabei, Stefan. Du bist auch mit Schuld, ne? Wir sind nämlich eigentlich hier, um einen Wohnwagen zu gucken, der gar nicht existiert. Und ich wusste gar nicht, dass wir in den Kino gucken waren. Deswegen bin ich auch schon heute Morgen um 7 Uhr zur Arbeit erschienen. Und ja, jetzt stehe ich hier vor vollendeten Tatsachen. Und wir müssen uns jetzt tatsächlich beeilen, weil wir nachher noch in Leonberg, in den Traumpalast heißt das, gell? Genau. In das legendäre neue IMAX-Kino fahren. Da freue ich mich mega drauf, weil ich da schon immer mal hin wollte. Und ja, soviel zu dem Thema. Und jetzt machen wir mal vorne weiter, würde ich sagen. Zu dem IMAX, das hat übrigens heute zweijähriges Bestehen. Geburtstag. Oh, ist mir egal. Ja, dann lass uns mal nach vorne gehen. Ja, hier hast du eine normale Couch. Referenzplatz ist schön in der Fuge, sodass das Arschwasser auch schön ablaufen kann. Deine Schweißausbrüchen, genau. Genau. Jetzt musst du uns hier mal ein bisschen erzählen, was hier so alles hängt. Also du hast natürlich hier Akustik, hast du hier an den Decken wahrscheinlich Erstreflektionspunkte. Erstreflektionspunkte, genau. Absorber aus Basotec wahrscheinlich. Nein, das sind vom RTFS, vom Farsheet, so diese Deckensegel, die er vertreibt. Achso, das ist quasi ein eigenständiges Modul. Das ist Modul, ja, genau. Achso. Ah, okay. Den Center konnte ich jetzt nicht komplett mit Erstreflektion natürlich bedämpfen, weil da sonst wird meine Lampe schwinden und dann wird es ganz dunkel unter Umständen, was den meisten im Kino wahrscheinlich recht wäre, aber also ab und zu mal ein bisschen Lichtstrahl macht Sinn, damit man nicht über alles stolpert, wenn man mal aufstehen muss. Deshalb nur hauptsächlich natürlich die Stereokanäle sind dann die Erstreflektionen, sowohl hier an der Decke wie auch hier an den Seitenwänden rechts und links die Absorber angebracht. Und die hier sind Selbstbau, da ist aber dieses, da ist kein Basotec drin, sondern diese Caruso, Caruso, genau, Isobond, genau. Und das sind aber, wie gesagt, vom Farsheet. Okay, okay. Ja, das ist alles noch sehr wohnlich. Also mir gefällt das zum Beispiel mit diesem Grau, dem Schwarz und dem Holzboot, obwohl ich ja kein Holzfreund bin, bevor ich das wieder auf die Fresse kriege. Gefällt mir aber trotzdem sehr gut. Gut, du hast aber jetzt, dein Hauptaugenmerk liegt jetzt auf Kino oder doch noch auf Stereo? Wie würdest du das sagen? Was ist da? Ja, mittlerweile ist es vielleicht 70, 30, 70 Kino, 30 Stereo. Also es ist doch weiter in den Hintergrund gerückt dann. Ja, früher war es andersrum. Also tatsächlich 70 Prozent Stereo und oder Musik, auch Mehrkanalmusik. Und mittlerweile sind aber schon die Filme überwiegen, weil es eben auch viel Spaß macht. Also jetzt Film zu schauen und zwar so Spaß, dass man doch das öfter dann eher mal einen Film einlegt als eine CD, die ich klassisch noch betreibe mit CD-Player. Das haben wir gehört, können wir auch gleich mal zeigen. Cooler CD-Player, habe ich so auch noch nicht gesehen, war mal wieder was Neues. Aber ja, wie gesagt, jetzt hat sich gewandelt 70 Prozent Filme und 30 Prozent noch Musik hören. Aber von der technischen Auslegung her schon immer Augenmerk, dass Stereo an sich alleine auch immer noch sehr gut klingt. Ja, das ist auch wichtig. Was man übrigens macht. Auch sehr wichtig. Also es ist mir immer noch sehr wichtig, dass auch Stereomusik und Musik hören ein Genuss sein kann und soll. Ja. Hast du jetzt vom DBA, also vom Bass her hast du jetzt, aber außer diesen Eckabsorbern hast du jetzt, aber hier hinter der Leinwand ist jetzt nicht noch irgendwie zwei Meter Dämmung oder irgendwas, das ist also wirklich nur diese Ecken und halt die Erstreflexionspunkte. Ja. Funktioniert aber super. Was man sagen muss, wir haben eben kurz Sereo gehört, also die Lautsprecher kann man wohl umstellen auf eher basslastige Abstimmung oder eher magere Abstimmung. Da Stefan öfter leiser hört, stehen sie jetzt auf der angehobenen Bassstufe. War bei manchen Liedern, hat man leider so ein bisschen so im Trönen gesessen am Referenzplatz. War ein bisschen schade, aber halt das, also natürlich vom Raum her geschuldet. Und halt auch, weil sie einfach jetzt so eingestellt sind, weil sie dann doch eher leise betrieben werden oder jetzt im Moment öfter halt einfach mal. Was für Lautsprecher sind das denn? Hast du die Bezeichnung? Gauder Acoustic RC7. RC7. Ja. Die sind schon geil. Also das hat richtig Spaß gemacht. Die können noch ordentlich laut. Wir haben jetzt hier auch mal nochmal eine vernünftige Lautstärke gehabt, sodass ich ja noch besser bewerten kann. Was mir aufgefallen ist, die Bühnenabbildung ist richtig klasse. Schön gestaffelt. Auch verschiedene Bühnen können dargestellt werden. Ich weiß nicht, was war das letzte Lied mit der Gitarre, was du mir noch angemacht hast, wo der hier hinten so hinten rechts irgendwo gestanden hat? Weißt du, wie es heißt? Das war klasse. Was mir noch aufgefallen ist, der Ton ist nicht so extrem scharf. Den würde ich noch als relativ seidig oder samtig bezeichnen, aber das hat mir sehr gut gefallen. Also Musik hören macht richtig Spaß hier. Vor allem, was ich krass finde, ist, im Stereo laufen sie halt komplett ohne Subwoofer, also reines Stereo. Und dafür machen die geschlossen, also die kleinen Bässe machen dafür echt einen monströsen Buster, muss man echt mal sagen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Hätte ich den kleinen Chassis jetzt nicht zugetraut. Ist eine Bassreflexkonstruktion. Und ich, alter Fuchs, habe mal in der Stereo-Play gelesen, beziehungsweise habe mal so eine Explosionszeichnung gesehen. Und zwar hier diese Ritten, die ihr seht, das sind alles einzelne Module, die nachher mit so einer Gewindestange aufeinander gepackt werden. So ist der Gehäuseaufbau. Das fand ich da ganz cool bei den Dingern, weil das halt auch ziemlich aufwendig ist. Der Center ist wahrscheinlich aus der gleichen Serie, oder ist das... Nimm mal das. Da mach ich umweg. Der ist aus derselben Serie, also auch aus dieser Berliner Serie von Herrn Gauder. Der wird aber so in der Regel gar nicht angeboten. Also wenn man auf die Homepage geht, gibt es nur diesen Grande Center, der hat nochmal zwei Chassis mehr. Also quasi die gleiche Bestückung wie die... Genau, die gleiche... Ja, sogar noch einen mehr, ne? Der hat zwei rechts und zwei links noch, zwei Chassis, ne? Aber die sind bestellbar, die kleinen Berliner ist auf Anfrage, genau. Ach so, ist das quasi so ein Geheimprodukt, mehr oder weniger? Quasi, ja. Also auf der Homepage gibt es nur den Grande, quasi. Aber das ist der kleinere Schwester. Ah, okay. Ist der denn überhaupt aufgeführt, oder muss man da fragen? Hör mal, habt ihr das Ding auch immer kleiner? Also der hat auf der Homepage nicht aufgeführt. Und auch nicht nur in den Angeboten oder sowas. Wie kamst du denn da drauf? Also man fragt ja nicht mal, habt ihr das Ding auch noch in klein? Oder wie? Ja, das war lustig. Ich habe einen Kollegen aus dem HiFi-Forum. Der hat auch dieselbe Bestückung. Der ist aus Berlin. Und der hat den gehabt und hat sich den großen Center gekauft. Und wir haben halt so Korrespondenz und bla, bla, bla. Und wie läuft dein Setup? Was hast du für ein Setup? Was habe ich? Und dann hat er mir von diesem Center erzählt. Ich habe gesagt, schick mir mal ein Bild. Ich kenne den gar nicht. Hat er mir das geschickt. Und dann hat er gesagt, das hat er bei der Firma Gauter halt ganz so direkt bestellt. Und dann habe ich den eigentlich als gut empfunden und habe gedacht, Mensch, der könnte bei mir reinpassen. Ich wollte eh nicht so ein Riesen-Center haben, damit der Center noch den Rest von der Front mit einnimmt. Und habe dann gefragt, wie er sich dann entscheidet. Und er wollte dann den großen Center haben. Dann habe ich gesagt, dann gib mir da einen kleinen. Ach so, okay. Und dann haben wir da quasi getauscht. Beziehungsweise ich habe den gekauft. Ja, das ist natürlich cool. Jetzt muss ich auch fragen, jetzt hast du hier so ein Läppchen weggeholt. Das ist ja wahrscheinlich ein Schnitt, um den Staub abzuhalten, nehme ich mal an. Nein, das ist gegen die Reflexion im Bild dann. Weil diese Hochglanz-Lackierung haben. Ein bisschen ein Stückchen Adamantium und das zum Obendrauf dann. Ah, das ist der Fluch des Hochglanz-Klavierlacks. Damit meine Frau nicht so oft abstauben muss, lege ich sie immer drauf und dann ziehe ich es runter, bevor sie zum Staubwedel greift. Wobei ich ja sagen muss, mich stört es ja tatsächlich nicht. Ich weiß, viele würden sich ja umbringen, wenn irgendwo was reflektiert im Bereich von der Leinwand. Aber ich mag ja offene Technik und ich finde es auch nicht schlimm, wenn das Bild sich da dran spiegelt. So, da muss ich es einfach mal so sagen. Dann lass uns noch kurz auf die Leinwand eingehen. Jetzt hast du hier eine Stuart-Leinwand. Die ist auch sehr gut, macht ein schönes helles Bild zusammen mit dem Sony. Was mir aber aufgefallen ist, ich habe, wenn ich da auf dem Referenzplatz sitze, in der Mitte so ein ganz leichtes Glitzern gehabt. Das hat mich ein bisschen gewundert. Woran das liegt, weiß ich nicht, ob die Leinwand ist oder in Kombi mit dem Beamer, weil der auch sehr hell ist. Das ist mir aufgefallen. Ansonsten super Bild. Jetzt hast du da oben noch ein Rollo hängen. Das ist wahrscheinlich für eine Maskierung dann. Genau. Da fahre ich dann mit dem Bild ganz nach unten. Ja. Bei Bedarf nach unten an den unteren Rand und rolle einfach das Rollo von oben nach unten durch, bis ich dann an der Stelle bin, wo der schwarze Balken dann abgedeckt wird. Dass du dein Bild dann quasi paschiert hast. Genau. Dann habe ich ihn dementsprechend dann. Weil es ist ja auch nicht jedes Format in 21 zu 9. Wir haben ja 800 verschiedene Formate quasi. Und wenn es mich dann stört, dementsprechend bei irgendeinem entweder Serie oder Film, dann gehe ich einfach mit dem Bild nach unten und rolle mit dem Rollo dann hinten. Bis auf die Kante. Bis auf die Kante dann, genau. Weil dir ist ja auch wichtig, dass du auch 16 zu 9 Bild hast, weil wie ihr seht, hier ist kein Fernseher. Hier ist also ein Wohnzimmer, wo nur mit Leinwand geguckt wird. Also ihr habt hier keinen Fernseher, obwohl es euer normales Wohnzimmer ist, richtig? Ja, ja. Ja, gut. Wir schauen alles. Also Fern, Streaming und Kino. Weil seine Frau ist auch leidenschaftlicher Kino. Ja, Nutzer, Besitzer, wie auch immer. Das ist ja gar nicht so oft oder gar nicht so häufig, dass die Frau da auch das Hobby so teilt. Das finde ich total klasse. Ich auch. Da kannst du dich von und zu schreiben. Viele sitzen immer allein im Keller einsam und verlassen. Jetzt hast du aber hier an der Decke noch eine Kiste hängen. Wann ist denn das? Weil Leinwand kann es ja nicht sein, weil da hängt ja eine. Ja, ich habe mir gedacht, okay, der Trend geht zur Zweitleinwand. Ach ja. Ich habe gedacht, zum Zweitkino. Ja, das ist dann die Premier League. Ich bin doch in der Kreisklasse. Ja, die meine Hungerlaut. Die Zweitleinwand. Ich darf es mal demonstrieren. Ja, mach mal. Die 21 zu 9 Abbildung, also Cinemascope-Format, gebe ich dann über diese Leinwand wieder. Das ist eine XY-Screen, die ich schalltransparent gekauft habe in China. Und die mir dann das Bild im Sitzabstand 1 zu 1, die Breite im 21 zu 9 Format wiedergibt. Und dann ist auch die Front ruhiger, sprich das Center hinter der Leinwand und nicht mehr wahrnehmbar quasi. Beziehungsweise von der Optik in nicht mehr wahrnehmbar. Ja, vom Ton her nimmt man sie schon noch wahr. Sollte man es schon. Ja, die funktioniert auch ganz gut. Also die, hier muss man fairerweise sagen, die hier kostet jetzt nur, ich glaube, halb so viel oder ein Drittel von der aus dem letzten Video. Und die liegt besser. Die liegt mehr plan. Die ist natürlich ein Tick kleiner, muss man auch so fair sein und sagen. Aber die Planlage ist besser. Weil preis-leistungstechnisch sind die XY-Screens halt schon sehr gut gewesen. Ich weiß nicht, kann man die immer noch bestellen? Ich habe das nicht so im Blick. Ist das auch so? Weil die Use-It, die sind ja, da ist ja nichts mehr. Die kriegst du ja nicht mehr. Die gibt es immer noch, ja. Die müsst ihr halt direkt in China bestellen und quasi selber importieren. Funktioniert aber sehr gut. Vor allen Dingen, die haben halt auch krasse Lieferzeiten. Also ich glaube, beim Andreas 33 damals, das waren nur 10 Tage, da war die da. Zwei Wochen hat die gebraucht. Von Bestellung. In China, also nicht über einen deutschen Händler, sondern du hast direkt in China bestellt. Ich habe per WhatsApp bestellt. Ja. Und nach zwei Wochen war die bei mir. Ja, das ist halt schon krass, gell. Das muss man erst mal so hinkriegen. Und ich glaube, die werden ja sogar auf Maß gefertigt, ne? Ja. Das ist keine Stangenmaß, ne? Ich habe die Bildbreite, die Höhe, alles. Ich habe auch den Vorlauf, wie weit ich... Also Vorlauf ist hier dieser schwarze Bereich um die Leinwand rum, ne? Genau, genau. Von oben Vorlauf, beziehungsweise oben der Abstand, unten der Vorlauf, wie hoch. Weil ich wollte, ich habe es gemessen, wenn ich sitze, Augen, mittig etwa vom Bild, bei meiner Körpergröße, habe ich es gemessen und habe das dann so mitgeteilt, die und die Größe, die und die Höhe, so und so hoch ist mein Raum, wie weit muss es runtergehen und so weiter. Haben die alles auf Maß gerichtet und konnte ich bestellen und das haben die so konfektioniert. Ja. Das ist halt schon mega, der Service. Da muss man eigentlich schon sagen. Und die Qualität, die passt halt, ne? Und war unter 1.000 Euro. Ja. Also hier in Deutschland, bei mir zu Hause. Ja, das soll erst mal ein anderer Hersteller machen, das ist schon krass, ne? Und sie läuft sauber. Es kommt kein Versatz irgendwann mal, also dass ich, ich habe die jetzt, Entschuldigung, dass ich die unterbreche. Ne, mach ruhig. Schon drei Jahre oder vier Jahre habe ich die schon und ich habe zum Beispiel bei einem Vorungskollegen, der hat eine weit, weit hochwertigere und eine hochpreisigere Leinwand, die läuft nicht mehr sauber auf den Stopp-Punkt. Also die läuft mal ein bisschen, fünf Zentimeter höher, mal ein bisschen tiefer, mal ein bisschen höher. Der muss jedes Mal oder fast jedes Mal nachjustieren und ärgert sich sehr darüber. Ja, wenn wir so viel Geld für eine Leinwand, ich meine, 1.000 Euro ist ja auch schon nicht so billig. Ich meine, was ist denn da drin? Ein kleiner Rollladenmotor und ein Tuch. Mehr ist es dir im Endeffekt. Der hat ja noch so ein Seilchen, was da ein bisschen stramm zieht, ne? Dafür sollte das halt schon funktionieren, ne? Also wie gesagt, Preis-Leistungstechnisch sind die Dinger super. Was mir wieder aufgefallen ist, wir haben ja hier, wie er sagt, Sitzabstand 1 zu 1. Mir ist das zu nah. Mir ist 1 zu 1 zu nah, muss ich halt einfach mal sagen. Bei ruhigen Aufnahmen ist es wohl okay, aber sobald so ein bisschen Wackelaufnahme kommt, habe ich jetzt eben gerade gemerkt, wir haben nochmal Criminal Squad geguckt, die Autobahnszenen, da wurde dann ein bisschen hektischer. Und da habe ich einfach abgeschaltet. Ich habe auf die Leinwand geguckt, aber ich habe nicht mehr hingeschaut, sozusagen, ne? Er sagte zwar auch, es ist irgendwo auch Gewöhnungssache. Das ist auch so, man gewöhnt sich an das große Bild, aber ich glaube, mit 1 zu 1 wäre ich einfach nicht warm. Das hat mir beim Mario auch nicht so richtig gefallen. Das ist nicht so meine Welt irgendwie. Aber so, von der Leinwand her, für das Geld, super Teil, ne? So, wir haben jetzt die Leinwand besprochen. Dann lass uns noch kurz an der Decke weitermachen. Hier haben wir Kabasse. Wie heißt das? Weißt du, wie sie heißt? Ich meine, IO2 oder IO3, ich weiß es auch nicht. Genau, und die hast du als, du hast ja jetzt nicht nur vier Stück hier hängen. Was hast du denn hier für eine Konfiguration an der Decke? Euro, Atmos, so ein Misch. Also dieses One-for-All, diese One-for-All-Aufstellung. Ich habe hier ein Center High noch, dann habe ich hier den Voice of God und eben die vier noch für außen. So eine Mischung zwischen direkt über dem Lautsprecher und... Also Front-High und Atmos quasi. Genau, so ein bisschen so ein Mittelding, genau. Weil ich hoffe, ich schaue auch einige Dinge gerne mal über Auromatik. Gefällt mir persönlich auch oft in manchen Filmen sehr gut. Und Auro ist aber natürlich ein Format, das jetzt nicht wirklich auf vielen Scheiben vorherrscht. Du bist ja nativ quasi, nicht da. Fast nicht präsent und da habe ich mich für diese Atmos Auro Mix, für den Atmos Auro Mix entschieden und finde es eigentlich ganz gut. Wobei, gut, ich habe es nie anders, hier bei mir im Raum zumindest, gehabt. Deswegen kann ich nicht sagen, was jetzt wirklich besser wäre, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Und ja, die Räumlichkeit ist sowieso, da meine Lautsprecher ein bisschen höher sind, auch vom Mittelhochton, im Gegensatz zum Sitz. Also die sind ja einen Ticken über dem Ohr, habe ich eh schon relativ viel Ton von oben oder das Gefühl von oben, die Räumlichkeit groß. Da fällt es jetzt nicht so extrem auf, was noch ganz jetzt von oben kommt. Außer es sind Szenen, wenn es regnet so richtig oder blitzt, donnert, wie auch immer von oben, dann sind die schon dann auch sehr präsenter wie in der relativ normalen Surround- oder 5.1-Anordnung. Da ist es jetzt nicht so tragisch, wenn es von oben nicht läuft, weil die doch sehr räumlich sind. Der Punkt ist halt, die Effekte, die von oben auf den Filmen abgemischt sind, sind sowieso halt meistens eh relativ mau. Also es gibt ein paar Filme, da ist oben was los. Zum Beispiel A Quiet Place ist ja diese Szene, wo die Frau im Keller ist und eben das Monster durchläuft. Da kommt richtig Action von oben. Oder auch bei Deepwater Horizon, da kommt halt, da kommt auch Bass zum Beispiel von oben. Und das ist zum Beispiel so ein Grund, ich habe ja bei mir, wenn ich dann irgendwann mal fertig bin, auch Full Range an der Decke. Also ich habe da auch einen 12-Zoll-Bass und einen abgespeckten Waveguard wie in der Front. Sodat ich halt, wie gesagt, dieses böse Pure Direct-Knöpfchen am Yamaha drücken kann. Dazu komme ich in einem anderen Video mal noch, was dann die Yamaha zur wahren Männer-Vorstufe werden lässt. Weil dann, ja, da sind halt alle Trendfrequenzen weg. Das heißt also, wenn du beim Yamaha Pure Direct drückst, dann muss jeder Lautsprecher seinen Bass selber machen. Da geht nichts mehr auf den Subwoofer, auch die an der Decke nicht. Und jetzt habe ich den Faden verloren, wo traue ich eigentlich hinaus sollte. Du hast aber wahrscheinlich die Deckenlautsprecher getrennt. Also der Rest geht dann auf den Subwoofer bei 80, 120 Hertz. Darf ich da hinten nochmal die Bespannung abpedeln? Dann würde ich die gerne nochmal zeigen. Ich versuche auch diesmal nicht so viel dran rumzudrehen, damit es so verstellt ist. Also nur für euch, ja, darf ich hier das Diaphragma entfernen. Weil das ist nämlich eine ganz geile Konstruktion. Also hier haben wir einen, ich nenne das jetzt mal Tief-Mitteltöner. Ich schlage mich nicht, wenn das falsch ist. Und da ist quasi so ein Hochtöner mit, ja, vorgefropft, reingesteckt und was weiß ich was. Finde ich ganz cool. Ist halt mal ein anderer Lautsprecher. Den sieht man jetzt nicht in jedem Kino. Das ist halt mal kein Dali-Fasson-Satz, so wie in jedem anderen Bidi. Und von daher finde ich das cool. Der Cabas ist natürlich auch eine renommierte Firma. Das hier kommt mir von der Optiken so vor, wie so eine Mikro-Version von der Cabaslas 4. Das ist ja so den, ihr Referenz-Lautsprecher könnt ihr mal googeln. Das ist so eine riesige Kugel, auch als Koax-Lautsprecher. Mit so einem Ringfuß unten drunter. Das hier fungiert dann auch als Punktschallquelle. Weil beide Treiber halt voreinander hintereinander sitzen und der Ton aus einer Quelle kommt. Also nicht wie beim klassischen Lautsprecher untereinander, sondern wirklich aus einem Punkt. Das ist der Vorteil, weil die Abstrahlung dann halt besser ist, punktgenauer, wie auch immer. Kann sein, dass ich jetzt Müllgerät habe, ist mir wohl egal. So, haben wir jetzt die Decke haben wir fertig. Da haben wir drüber gesprochen. Die Front-Lautsprecher und den Center haben wir drüber gesprochen. Übrigens sieht die Front von den Lautsprechern aus, als wäre es schiefer, ist aber wohl gepfuscht. Habe ich mich auch verarschen lassen. Jetzt erzählen wir uns mal, was die hier an feinster Technik verbaut hat. Das finde ich nämlich total super. Aber fangen wir mal in der Mitte an mit den drei Klötzchen. Center, Front, Rechts, Links, wird befeuert bzw. verstärkt von den Audionet. Endstufen sind Monoendstufen. Dreimal, also rechts für den rechten Kanal, links für den Center und Mitte für den Center, links für den linken Lautsprecher. So wie sie angeordnet sind, ist dann auch die Verteilung des Signals. Macht Sinn. In Stereo läuft eine Audionet-Vorstufe, da kann ich leider die Abdeckung nicht wegmachen. Eine Audionet-Vorstufe als Stereo-Vorstufe, klassisch. Und für CD noch, habe ich dann hier noch einen CD-Player von Audionet, der auch für Stereo zuständig ist. Also der ist auch kein Mehrkanaler oder sowas. Der kann auch nur Stereo, ganz klassisch, Cinch-Ausgang oder XLR, aber auch kein Digital-Eingang oder irgend sowas. Also man kann nichts Digitales, alles relativ analog gehalten, was wir sehr gerne und dann die 30% von den 100 über den CD-Player eigentlich in der Regel laufen lassen. Also wenn du Musik hörst, dann CD, auch jetzt gar nicht Streaming, sondern wirklich mal in Anführungsstrichen klassisch eine CD einfach einlegst. Ja, unter Mahlung, so tagsüber oder wenn Freunde da sind beim Essen und so weiter, dann Streaming in der Regel, dann hat man eine Playlist und lässt sie durchrauschen. Aber generell, wenn ich Musik höre, dann über CD-Player und dann über Stereo und kein DSP und nichts dazwischen. Wie du vorhin schon erwähnt hast, klassisch oldschool, klassisches Stereo-Signal und Stereo. Kann ich nochmal kurz auf den CD-Player eingehen, weil ich würde nämlich mal gerne zeigen, wie mir die CD eigentlich, weil das habe ich so auch noch nicht gesehen, fand ich ganz cool. Ist nämlich mal kein 0815-Kram. Hast du schon erzählt, dass hier drunter noch ein separates Netzteil ist vom CD-Player? Nee. Also der CD-Player hat quasi ein eingebautes Netzteil und als Tuning-Maßnahme kann man nochmal ein separates Netzteil drunter klemmen, damit einfach nochmal eine bessere Stromversorgung da ist. Das geht halt wieder so in die High-End-Richtung, aber ich finde das super. So, dann einmal CD einlegen bitte, ich bin gespannt. Soll ich sie reinlegen mit Werbung oder soll man sie umdrehen? Ich weiß ja nicht, wegen... Also wir öffnen den Zubladen, dann ist ein Puck drin, der dann die CD in der Regel fixiert. Also ähnlich wie beim Schallplattenspieler quasi. Legt die CD ein, der Puck wird magnetisch oben festgehalten, also sieht man auch, wie er drauf fällt, fixiert dann die CD, schließen und dann liest er es ein und dann feuerfrei. Habe ich noch nie gesehen, so ein Ding, ne? Ja, wird schon, die eine oder andere CD-Player hat das auch, aber selten, ja. Das Ungeschickte ist nur, wenn man sie im Rack verbaut, sollte er ganz oben stehen. Und wenn ein Lattenspieler auch ganz oben steht, dann braucht man zwei Racks. Oder eine Schublade oder irgendwas, weil da ist eben nichts mit vorne ausfahren, sondern man braucht den Zugang von oben, ne? Ja, das stimmt, das ist richtig, aber finde ich klasse, das ist schon ein tolles Teil. Gut, ist natürlich auch hier kein Lidl-Produkt, muss man auch dazu sagen. Ist kein Lidl-Produkt, ne? Das ist schon, was ist das für ein Teil, Audionet? ART G3. ART G3, ja. Oh, Entschuldigung. ART ist bei uns übrigens ein Abfallunternehmen. ART ist auch ein Fernsehprogramm, ne? Ja, ist ja ART. So nett. Okay. Was hast du denn noch in den Schublädchen hier, wenn wir schon hier stehen? Die sind ja voll gepackt mit tollen Sachen hier. Hier noch eine Satbox. Also zum Fernsehgucken einfach, ne? Ja, eine Shield für Streaming. Ja. Und drunter ist dann eben quasi der Streamer für Musik, für Spotify, Tidal. Ja, Tidal, wenn man es hat, natürlich dieser, je nachdem. Ja, für Streaming-Anbieter. Und oder Tune-In-Radio, wie auch immer. Also da läuft alles drüber. Ja. Ist eigentlich auch ein Produkt, auf das ich im Forum aufmerksam geworden bin. Ein Kollege hat dann beim Schnäppchen quasi, weißt du, momentan günstig eingebaut. Er hat gesagt, das ist gut, habe ich mir einen bestellt, war sehr gut. Habe ich gleich drei bestellt. Für Schlafzimmer, für hier und so weiter. So, wenn der gut ist, ist er gut, ne? Ja, der ist gut. Hast du denn jetzt noch was hier versteckt? Ja. Oder haben wir schon alle? Oh, nee. Dann haben wir hier natürlich noch. Das hier ist ja wie ein Lager vom Weihnachtsmann. Ja, die ist Xilica. Oh. Die Xilica, die dann Subwoofer und die untere Ebene quasi bearbeitet und Frequenzgänge als DSP nutzt. Ja. Darunter ist dann die eine Endstufe, die Beckersound-Endstufe für die Subwoofer. Ja. Die Decke wird genutzt von den Endstufen vom T9. Mhm. Okay. Und jetzt haben wir ja... Warum hast du keine Vorstufe bei der feinsten Technik, also Vor-Endstufung-Kombi? Willst du da noch irgendwie... Denkst du da noch über ein Upgrade nach oder soll das erstmal so bleiben? Erstmal bleibt es so. Also ich bin eigentlich auch ganz zufrieden. Ihr habt es ja auch ein bisschen mitbekommen. Man kann schon Kino hören und auch... Ist okay. ...schauen. Ja, ist okay. Und Upgrade natürlich, wer in unserem Forum beziehungsweise in unserem Hobby ist, der denkt mit Sicherheit oft mal über ein Upgrade nach, ne? Ja, gelegentlich. Also meistens Nahrung vor dem Aufstehen. Aber im Moment bin ich eigentlich echt zufrieden. Vorstufe wäre der nächste Schritt und dann natürlich welche, weil sie will ich mich jetzt auch noch gar nicht festlegen. Also da tut sich so viel am Markt immer wieder. Ja, klar. Wahrscheinlich kriegen wir nochmal 18 neue Tonformale, bis ich das Geld habe für eine neue Vorstufe. Und dann wäre natürlich, wenn ich eine neue Vorstufe benutze, brauche ich auch wieder neue Endstufen für die... Oder zusätzliche Endstufe für die Decke. Ja, klar. Dort ist dann wieder... Da geht dann wieder nochmal, nochmal. Und vor allem, langsam habe ich keinen Platz mehr. Das Rack wird langsam eng. Das tut mir jetzt wirklich leid für dich. Finde ich auch. Ja, das finde ich schön, dass du dich ein bisschen... Ne, ich habe auch spontan Tränenfluss bekommen. Da wir ja nur bisher die Front hatten mit den drei Mono-Lautsprechern oder Endstufen dann für die Lautsprecher, habe ich hier noch eine Bryson Stereo-Endstufe für die Rear-Lautsprecher. Ich habe eine 5.x.6 Anordnung und da brauche ich dann eben noch eine Stereo-Endstufe. Genau. Also nochmal zusammengefasst, hier vorne die drei Mono-Blöcke von Audionet, da hängt die Front dran und an den beiden Bryson, sind da zwei Bryson oder eine? Ne, eine Bryson. Also eine Stereo-Endstufe. Genau. Da hängen dann die Rears dran. Die Rears dran. Und der Rest hängt am Denon dran. Genau. Jetzt muss ich aber mal blöd fragen, Bryson ist ja auch eine richtig, richtig edle Marke. Ist die nicht sogar besser als die Audionet? Ne. Ne? Wir haben es damals auch gegengehört. Es ist in Müh. Ja klar, wir sind da in einem Bereich, wo man nur noch... Ich weiß, es wird jetzt wahrscheinlich auch kopfgeschüttelt von vielen Menschen, wenn man das Video schaut, weil es gibt ja keinen Endstufenklang und es gibt auch keinen Kabelklang und es ist alles Voodoo. Ja genau. Aber lass es mich dann sein, ich bin dem Voodoo verfallen worden oder ich bin damals dem Voodoo verfallen, habe die Augen nicht geschlossen, habe mir auch die Raumtemperatur nicht genau aufgeschrieben und auch nicht, welche Farbe das Kabel hatte. Aber, und die sind auch nicht gelagert gewesen auf wassergefüllten Bottichen oder sowas, sondern das lag einfach nur so rum. Ja. Wir haben sie also mit mehreren Leuten immer mal wieder gegeneinander gehört und ich habe mich einfach für die Audionet entschieden. Oder wir haben, meine Frau und ich, muss ich sagen, haben uns dann für die Audionet entschieden, weil sie uns einfach besser gefallen hat. Ja. Also die Endstufe jetzt an sich, die Bryson habe ich aber gewählt, ich hatte auch eine Mehrkanal-Endstufe schon da vor der Bryson für die Rears und die sind ein bisschen hungrig, die Lautsprecher. Also die brauchen ein bisschen Dampf und da hat sich ständig die Endstufe abgeschaltet, wenn ich mal richtig befeuert habe. Okay. Und dann habe ich gedacht, ich habe keine Lust, ständig rumzumachen und zu suchen und plötzlich ist die Endstufe in die Knie gegangen. Jetzt kaufe ich eine Bryson, die müsste es halten. Oh, voll, ne? Und die hat jetzt, glaube ich, zweimal 450 Watt, die geht es dann. Die geht nicht aus im Berg, ne? Nee, die geht nicht aus. So laut mache ich nicht. Übrigens ist ein guter Punkt. Also erstmal möchte ich dir zustimmen, dass unterschiedliche Endstufen tatsächlich auch unterschiedlich klingen. Ich will jetzt nicht sagen, besser, schlechter, aber man hört, wenn man eine Endstufe tauscht, hört man schon einen Unterschied. Das ist einfach mal so. Also das ist kein Mythos, Voodoo oder so. Da stimme ich dir zu. Und übrigens, wenn er sagt, die Lautsprecher sind leistungshungrig, das liegt am Wirkungsgrad von den Lautsprechern. Wenn ihr mal im Datenblatt gesehen habt, dass da Wirkungsgrad steht, ist dann einfach eine Angabe quasi, also ganz plump ausgedrückt. Wie laut macht der Lautsprecher mit x Watt? Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Lautsprecher habt, der nur 80 dB Wirkungsgrad hat, müsst ihr da unheimlich viel mehr Verstärkerleistung dran klemmen, wie wenn ihr jetzt einen Lautsprecher habt, der 100 dB hat. Das ist also ein gewaltiger Unterschied. Das ist genau das, was du beschrieben hast. Also sind die eher wirkungsgrad schwach. Das ist kein direktes Qualitätsmerkmal, sondern man muss einfach darauf achten, okay, wenn ich den Lautsprecher habe, muss ich da auch mitrechnen, dass ich da Geld investieren muss, für da Leistung reinzupumpen, weil sonst kommt da nur heiße Luft raus. Dann ist es nämlich kein Lautsprecher, sondern eher ein leises Sprecher. Genau. Oder weißt du, zu welchen Wirkungsgrad hast du nicht? Es mag auch sein, dass damals die Endstufe ein bisschen einen Schuss hatte. Ja, klar, kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt vor kurzem erst nochmal getestet und zwar, als ich hier ein bisschen umgebaut habe, habe ich eine Zeit lang die Bryson weggestellt gehabt und abgeschlossen gehabt und hatte die sogar am Denon dran, die zwei Lautsprecher. Der hat auch nie abgeschaltet. Und ich habe teilweise auch ein bisschen lauter gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob die dann auch diese Lautstärke gefahren haben. Ich habe es also nie gegengemessen mit dem Pegelmessgerät, sondern ich habe sie einfach mal eingesteckt und es kam auch was raus und ich weiß, dass was rauskam. Aber wie sehr dann die Denon arbeiten musste mit ihren eigenen Endstufen, weiß ich nicht. Das war auch nur ein kurzes Segment, was ich da mal getestet habe. Aber das kann auch sein, wie gesagt, dass die vorige Endstufe ein bisschen Schuss hatte. Nur war es sich leid und habe dann gleich die Bryson genommen und habe gedacht. Ja, vielleicht kann es auch sein, dass die in Protect gegangen ist. Das hatte ich nämlich auch mal. Ich hatte mal eine Mehrkanal-Endstufe von Yamaha, die MX-A 5000 und zu der Zeit hatte ich noch ein Center von B&W, den HTM 1. Und da ist auch an einer Stelle, das war glaube ich bei Fast and the Furious, wo dieser Ferrari von Hochhaus zu Hochhaus gesprungen ist. Und da war so ein ganz hoher Peak drin und da ist sie immer in Protect gegangen. Ich habe erst gedacht, die hätte einen weggehabt. Ich habe dann irgendwann einen anderen Center gekriegt und das ist nie wieder passiert. Das war die Kombi mit dem Center und Endstufe, das hat einfach nicht funktioniert. Das war schon eine gehobene Lautstärke, aber das hat nicht harmoniert, das ging einfach nicht. Da war dann irgendwie, keine Ahnung, welches Parameter das nicht gestimmt hat, das wisst ihr wahrscheinlich besser, aber das funktioniert nicht. Die Bryson packt es. Kein Peak mehr, kein Problem. Ja, das stimmt wohl. Haben wir alles abgehandelt? Sollen wir vielleicht noch kurz auf die Subwoofer eingehen? Das finde ich ganz interessant. Die kennen wahrscheinlich viele noch nicht. Können auch mal die Abdeckung wegmachen. Ja, das wäre super. Das sieht doch mal in einem PA-Chassis aus. Sehr schön. Die sind aber geschlossen, oder ist das auch Bassreflex? Geschlossen. Geschlossen, okay. Das habe ich doch schön getuttelt. Die sind tatsächlich meinen gar nicht so unähnlich, muss ich sagen. Also den Chassis selber. Den Tannoy? Ja, ja. Da sind BMS-Chassis drin. Das würde mich jetzt schwer wundern, wenn da keine wären. Hast du denn jetzt, was hast du denn vorher für das Subwoofer gehabt? Also hast du jetzt da irgendwie einen Sprung nach vorne gemacht? Ja, einen großen Sprung. Also egal was, seit das sauber eingemessen wurde und dieses DBA jetzt eingerichtet ist, habe ich die ersten paar Filme Gänsehaut bekommen. Das war wirklich ein Sprung. Ich hatte zuvor Monitor Audio 15 Zöller, kleine oder sogar 12 Zöller von Monitor Audio, die so Apex haben die geheißen. Die haben gepasst eben aufgrund der Oberfläche, die waren auch Hochglanz, auch schwarz. Weißes Chassis war das, hat gepasst mit den Gouda-Akkusen von der Optik, war eine schöne Optik vorne. Und die gingen schon auch, aber da hat es dann tatsächlich bei gehobener Lautstärke, bei dementsprechend Frequenzen hat es dann geprummt. Also da war der Bass so lang im Raum, der hat sich aufgeschaukelt. Die liefen dann aber als normaler Subwoofer und nicht als DBA? Nein, nur zwei vorne in der Front. Ja gut, okay. Da hatte ich zwar ein Mini-DSP dran, aber trotz allem hat sich das lang nicht so jetzt wie jetzt. Also das ist eine ganz andere Welt. Wie würdest du das beschreiben? Also was ist der Unterschied? Ist der Bass jetzt irgendwie knackiger, schneller, schneller weg? Schneller und schneller weg wieder, vor allem. Und er kann richtig schön tief. Also die tiefen Frequenzen konnten die anderen natürlich auch, aber die haben so ausgelenkt und sind dann so, also die haben den ganzen Raum dann aufgeschaukelt. Also natürlich spielt ja der Raum natürlich eine große Rolle und das war auch ein Problem hier. Aber ich war einfach nicht so wirklich glücklich im Laufe der Jahre. Da hat man dann auch viele Kinos mal gesehen, andere Kinos angeschaut, wie es auch sein kann, wie es bei anderen sich dann anfühlt, anhört. Und ja, irgendwann mal haben wir den Schluss gefasst, dann tatsächlich mal mit dem Stefan Becker Kontakt aufzunehmen und der mir das dann hier eingerichtet hat. Und ich bin super zufrieden. Also er hat dann auch komplett installiert, eingemessen, eingestellt, sodass alles passt. Ja, er war da vor Ort und hat alles, die Xilica eingerichtet, eingemessen, die untere Ebene komplett, dann optimiert alles und auch das DBA eingerichtet. Funktioniert auch sehr gut, haben wir gehört, funktioniert wirklich klasse. Ich hätte aber tatsächlich einen minimalen Kritikpunkt. Wir haben natürlich jetzt hier eine Anlage auf höchstem Niveau, dann kann man es natürlich auch mit dem Besten der Besten vergleichen, mit meinem. Nee, Quatsch. Tatsächlich, finde ich, könnte der Bass noch einen Hauch, aber wirklich nur einen Hauch mehr Punch abgeben. Wir haben hier den John Mayer gehört, da ist so ein schöner, kickiger Bass drauf abgemischt. Und da hat mir so der letzte Flumme, hat mir da so ein bisschen gefehlt. Das war, ich will jetzt nicht sagen weich, das hört sich direkt so abwertend an. Nur mir fällt kein anderes Wort da. An dem weich. Ja, also der könnte noch einen Hauch straffer sein, also noch so einen kleinen Punch. Und was ich noch anmerken will, du hast jetzt hier feinste Hochglanzoptik. Hier hätte Stefan noch einmal kurz ein bisschen an der Oberfläche arbeiten können. Das muss man mal sagen, das ist jetzt nicht so 1000-prozentig. Aber ansonsten, tolles Subwoofer, super eingemessen, funktioniert wirklich klasse. Und das Kino macht richtig, richtig Spaß. Also wirklich, wirklich toll. Wie gesagt, einziger Kritikpunkt ist, dass der Bass noch so einen Hauch mehr Punch haben könnte. Aber man muss natürlich auch sagen, vielleicht wenn irgendwann mal vier Stück da sind, ist das auch schon wieder eine andere Hausnummer. Kann ich jetzt schlecht beurteilen. Wir werden sehen. Ja, bestimmt. Wenn der Gedanke erstmal da ist, weißt du ja dann, bis zur Umsetzung nicht mehr lange dauert. Ich muss den Stefan aber in Schutz nehmen bezüglich der Oberfläche. Ich kenne deine Ansprüche nicht und ich weiß nicht, was möglich ist. Die sind normal zum Einbau gedacht. Ich wollte sie nicht auf Hochglanz haben und ich wollte auch keine Oberflächenbearbeitung. Er hat mich darauf angesprochen, hat mich gefragt. Okay, habe ich nichts gesagt. Es war schon im Gespräch, aber durch, oder beziehungsweise vor dem Hintergrund, dass eventuell doch die Subwoofer eh noch hin, die Leitmann kommen, wollte ich jetzt nicht groß noch Schreinerarbeit mit Lackierarbeit und was weiß ich was haben. Ich habe gesagt, einfach schwarz pinseln oder lassen und ich pinsel selber an. Ja gut, okay. Dann ruhe ich alles zurück. Ich habe nichts gesagt. Das war meine Vorgabe, nicht das... Ja, ja, klar. Nee, da ist ja auch nichts. Oder das? Schneiden Sie einfach raus. Weißt du, wenn ich raus schneide? Nee, gut, dann klar. Machst du schwarz, die kommen eh dahinter, dann ist das vollkommen in Ordnung. So war der Plan. Dann nehme ich alles zurück. Also mein Plan. Er wusste ja nicht davon, oder? Er weiß nicht. Aber das war mein Wunsch so. Die Gehäuse sind ja auch sauber. Ich meine, hier die Kanten sind schön rund gefräst. Das ist ja auch alles top. Deswegen habe ich mich gewundert, dass man hier die Rollspur noch sieht. Aber wenn es wirklich nur rein zum Schwerzen war, habe ich nichts gesagt. Dann passt das so. Dein Plan ist also, die Subwoofer hier hinten zu postieren und dann mit der Leinwand halt davor zu kommen. Genau. Ja, das macht ihr auch. In weiterer Zukunft, aber das ist eigentlich so. Wenn die anderen für die Vierer an Ordnung dann da sind. Ich versuche die Front dann wieder ein bisschen zu beruhigen. Ja. Einfach, ich bin, du hast es vorhin selbst gesehen, schon im Film. Ich bin schon in der Szene und ich bin in dem, was mir geboten wird, bin ich drin. Aber es hat sich jetzt natürlich schon ein bisschen aufgebaut. Da kommt noch was, da kommt noch was, da kommt noch was. Es soll doch ein bisschen Wohnzimmer noch bleiben. Und der Gedanke war der, die Subwoofer irgendwann mal hinter die Leinwand, dann eventuell sogar vier hinter die Leinwand und vier im Rear-Bereich. Und somit haben wir dann zum einen eine cleanere Front. Die Leinwand kommt ein Stück nach vorne, wird somit das Bild ein Ticken größer, auch vom Gefühl her größer. Und wir haben da einfach ein bisschen mehr aufgeräumt. Ja, macht Sinn. Jetzt sieht es halt so jetzt so ein bisschen hingestellt aus. Aber das ist ja mehr oder weniger noch ein Provisorium, sodass es jetzt mal funktioniert und wird ja dann auch zeitnah umgebaut. Also morgen, übermorgen. Wir können ja jetzt schon wegrollen. Sind ja Rollen dran. Ja, genau, das stimmt. Nee, funktioniert wirklich super. Tatsächlich kann ich zwar jetzt zum Atmos, also zum Atmos-Gefühl oder zum Augefühl gar nichts sagen, weil dazu kam man tatsächlich nicht, weil die Zeit drängt nämlich. Wir müssen nämlich gleich los zum Kino. Und deswegen haben wir jetzt ein Video extra für euch. Habe ich also auf meine genüsslichen Höreindrücke verzichtet, sodass wir noch ein geiles Video hier machen konnten, was sich auch hoffentlich lohnt. Und im Prinzip sind wir durch oder möchtest du noch irgendwas hervorheben, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Ja, ich habe mich gefreut, dass ihr gekommen seid. Ach, das sind ja mal schöne Worte. Das hatten wir noch gar nicht, gell? Ich finde es gut, dass ihr diese schlimme Fahrt nach Stuttgart auf euch nehmen musstet. Ach, gar nicht. Oder auf euch genommen habt. Aber du wirst ja vielleicht ein bisschen Entschädigung im IMAX bekommen. Und ich finde es toll, dass ihr da seid. Tatsächlich wäre das hier schon Entschädigung genug gewesen. Also das hat mir wirklich Spaß. Ich hätte auch jetzt gerne noch ein paar Stunden gehört tatsächlich, weil es einfach gemütlich ist und geil klingt. Also dieser samtige, ruhige Klang, das macht halt einfach Spaß. Da kannst du halt einfach stundenlang sitzen bleiben. Das muss man halt schon sagen. Das Halb-CD. Das Halb-CD. Wobei jetzt erschlagen dich natürlich wieder die anderen High-Ender, weil du keine Schallplatte hörst. Ah, ganz gefährlich. In dem Altbau, da vibriert alles so sehr. Die Schallplatte würde leiden. Stimmt, damit kannst du das begründen. Die leidet, die leidet. Ja, also wir haben hier keine andere Wahl. Wir können hier nicht mechanisch abtasten. Das geht einfach täglich. Leider nein. Ja, jetzt habe ich tatsächlich schon fahren. Eine Anekdote noch, weil Benni gerade Umweltzone gesagt hat, die Altsaune. Der hat nämlich, weil er ja so ein super, duper tolles Auto hat, da darf ja nicht so eine Umweltplakette drin kleben. Weil das sieht ja doof aus. Wenn wir aber in die Umweltzone reinfahren, dann greift er in sein Geheimfach, nimmt die Plakette raus, Leck da dran und bappt dir dann eine Scheibe dran. Ich regier's mal an, wenn ich dann sehne. Jetzt ist sie abgefallen, wird abgetrocknet, oder? Ja, wenn jetzt die Sonne scheint, dann könnte sie jetzt schon wieder ab sein. Ich weiß nicht, vielleicht hat Benni Spezialspeichel mit... Das kann sein, ja. Nach dreieinhalb Stunden Fahrt ist der ziemlich ziel. Ich warte halt drauf, wenn die Plakette langsam, die Farbe dünn wird und die Zunge grün. Dann wird der Polizist sagen, warum ist denn die Farbe? So, jetzt haben wir genug drum Zeug geredet. Ich bedanke mich auch wirklich sehr bei dir. Wie machen wir denn so? Okay, machen wir. Wetterloch. Machen wir mal Ghetto-Handschlag hier. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir hierhin durften, auch wenn es jetzt eine super Überraschung war. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Tschüss. Ah, sehr schön. Come on, test. Test, 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 test.